Hola Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tokitory 2 Plus. Ach, ich wollte es doch lassen. Egal. Was mir eben mal aufgefallen ist, weil immer wenn ich in die Pause gehe, dann gehe ich hier über den Escape-Bildschirm. Und hier können wir einmal sehen, hier haben wir diesen großen Frosch und da ist der Lava-Frosch. Und das heißt, uns fehlen wirklich nur noch drei Frösche. Cool. Was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Huch, ich denke mal, man hat es gehört, irgend so ein Klopfen war gerade draußen auf dem Flur. Ich weiß nicht, was es ist. Aber, äh, sollte ja weg sein. So, dann gucken wir mal, wo wir hinfliegen. Ach stimmt, wir können das ja nur in der Nähe von diesen Speicherpunkten machen, siehste. Bin schon wieder ganz vergessen. Wir müssen ja, das haben wir ja schon mal gesehen, irgendwo hier hin. Hm, wie kommen wir da am besten? Hier ist ein Tor. Das sieht verdächtig aus, weil es leuchtet. Dann können wir doch mal, wir probieren einfach mal hier hin zu kommen. Beziehungsweise, da hinzukommen ist jetzt nicht das Problem. Der Vogel bringt uns, ja. Aber dann probieren wir mal, hier hin zu gehen. Huch. Ah, hier waren wir auf jeden Fall schon. Warum ist denn das Hühnchen gerade so langsam? Boah. Hi, ein Maulwurf. Loll. Was will denn jetzt der Maulwurf da? Wieso habe ich gerade so wenig Frames? Huch. Jetzt ist alles wieder normal. Muss man einmal stampfen, dann ist alles wieder gut. So. Ähm. Was ist hier? Ich möchte mich ja nochmal ein bisschen umschauen. Ach, guck mal. Hier waren wir doch auch schon mal. Los, hol mich. Hol mich. Dove Vogel. Möchte wieder zurück. Komme ich überhaupt zurück? Ne, ne? Komme ich ja nicht mal. Ist ja schade. Flupp. So. Okay, gut. Dann können wir ja einfach mal hier reingehen. Ja, cool. Ach, eigentlich habe ich ja gedacht, jetzt kommt so eine coole Welt. Und jetzt sind wir hier wieder in irgendwelchen Höhlen oder was? Na toll. Alter. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott. Oh shit. Ups. Shit. 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 Habe ich schon shit gesagt? Yo, geil. Und so kommen wir hier rüber? Müssen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das doofe Gefühl, dass wir hier schon waren. Oh Mann. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof von mir. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße. Das wäre so. Kopf, oh mein Gott. Es ruft die ganze Zeit um Hilfe. Genau, erst mal das Ding, das Tröti weiter nach da schieben. Jetzt, jetzt, aber. So. So, hier ist wieder. Wo geht's denn hier hin? Ich bin überfordert bei den ganzen Wegen. Ach, wahrscheinlich hätten wir mit dem... Mit dem Maulwurstding hätten wir einfach ans Ende gehen können, schätze ich jetzt mal. Hier auch wieder. Probieren wir es mal. Scheint so. Dass wir dann einfach hier ans Ende kommen und dann direkt weitergehen können. Okay, gut, hätte ich das gewusst. Anscheinend haben wir das nämlich doch schon mal gemacht. Mir kam das nämlich saubekannt vor. Aber, ja. Da musstet ihr das jetzt leider nochmal sehen. Aber das kenne ich doch auch. Jo, geil. Und hier wieder ein Maulwurstloch. Da müssen wir nicht alles nochmal machen. Ah! Na toll. Es sei denn, man fehlt. Nicht nochmal fehlen, bitte. Ich warte kurz. Die gehen alle so in Zeit, Luca. Sind wir hier richtig? Hm. Es sieht unbekannt aus. Ist schon mal gut. Unbekannt ist schon mal gut. Wir können ja auch so einfach weitergehen, ne? Achso. Der muss den anderen Frosch hochblubbeln. Genau. Alter, wie die in dieser Schwubbelblase sind. Das ist der Hammer. Ich weiß ernsthaft nicht, ob wir hier richtig sind. Hm. Wir können ja gleich einfach mal schauen. Was ist denn hier? Ach, wie diese blöde Foto, Komma. Braucht auch kein Mensch. Dass wir schon alles fotografiert haben. Super. Toll. Ganz super. Hier haben wir das Fotografieren gelernt. Shit. Aber hier ist ja auch ein Maulwursthügel. Ich habe das Gefühl, die führen uns irgendwo hin. Diese Maulwursthügel. Hier waren wir auch schon. Daran erinnere ich mich. Flop. Alter, es ist so Hammer. Nein. Oh shit. Okay, passt doch noch. Gerade aber ganz knapp. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir hier überhaupt richtig sind. Der Frosch, ne? Voll der Kugelfisch. Voll cool. So, ist weit genug geschwommen. Sollte reichen, oder? Ja. Shit. Ach komm, es passt. Jetzt aber. Hopp. Man kann aber auch so ein Pech haben, ne? Jetzt kommen wir aber hier an die Leiter. Sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, ob wir hier richtig sind. Ich weiß es halt echt nicht. Aber wird schon irgendwie richtig sein, ne? Hm. Aber wir waren hier überall schon. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Sind wir überhaupt noch richtig? Scheint mir ja irgendwie nicht so. Vielleicht müssen wir aber jetzt noch da recht. Da, Mammus-Hügel. Alter, was ist denn hier für eine Party? Da von links kommt das. Okay. Da steht er. Da steht er. Garbisch. Alter, die Party, ne? Das ist der Hammer. Was Froschi ist das? Da ist er. Da ist er. Du-du-du-du Vorrige Mia Nimm mich mit, nicht den Frosch. Also bitte. War das hier? Hm, daran kann ich mich nicht erinnern. Tröti? Tröti? Okay, wir müssen jetzt das Tröti darunter. Und dann macht das alles kaputt. Juhu, schön. Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir hier in irgendeiner Form noch richtig sind. Wenn wir den ganzen Weg nochmal abgehen. Ich glaube, die Maulwürfe zeigen uns doch keinen Weg. Toll. So ein Speicherpunkt irgendwo. Mann. Hier waren wir auch schon überall. Ich will doch nur so einen Speicherpunkt, dass mich der Vogel wieder abholen kann. Aber schön, dass wir die ganzen Rätsel nochmal geschafft haben. Das ist toll, ne? Hm, und jetzt? Tröti. 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 Geh jetzt halt mal weiter nach woanders halt. Tröti. Tröti. Das Tröti ist blöd. Mann. Toll, jetzt ist der Frosch im Wasser. Na super. Wir schaffen es nie wieder. Jetzt. Natürlich. Was passiert denn, wenn ich das mache? Hm. Kann ich denn auch... Von hier aus? Ne, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Scheiße. Oh. Oh. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen, aber ich habe es gerade voll verkackt. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Dreckiges Viech. Runter mit dir. Sehr gut. Ich brauche das Tröti. Super! Toll. Runter mit dir. Sehr gut. Sehr schön. Juhu. Jetzt kann uns der Vogel endlich mal abholen. Alles klar. Vielleicht sind wir ja vollkommen falsch. Irgendwie. Oder? Wir probieren das nochmal. Wenn es jetzt gleich wieder so ist wie eben. Dann werde ich ganz einfach das Offscreen machen. Also nochmal durch und dann gucken, wo es jetzt weiter geht. Wir nehmen jetzt einfach jeden Maulwurfseingang links, den wir finden können. Hier ist doch gleich auch wieder einer. So, wo bringst du uns hin? Ich glaube fast, dass es doch richtig war. Was wir getan haben bisher. Ist das Hühnchen wieder so langsam? Hm. Vielleicht sind wir hier einfach irgendwo falsch abgebogen. in den Höhlen. In den Höhlen. Und ist tot, oder? Und ist tot. Ach, komm schon. Okay, gut. Dann. Ach ja. Ich mach noch bis da oben und dann ist aber auch gut. Weil wir müssen den ganzen Kram jetzt hier nicht noch einmal machen. weg mit dir. Geh in die Fotozelle, bitte. Ach, herrje. Ja, gut. Also, ich werde, glaube ich, mal schauen, was jetzt hier das Rätsellösung ist. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part Talki Tori zwei wieder. Bis dann.